Wir sind immer noch um dem Dach und ich bin gerade voll gestresst, weil ich... Ja genau, jetzt habe ich es endlich gefunden, die die Harpune gesucht hat. So, soll ich das Ding hier abknallen? Ja genau, jetzt wäre ich fast noch draufgegangen. Stirbt ihr! Bastis! So, jetzt kann ich auch ordentlich reden. Ähm, jetzt weiß ich aber nicht mehr, was ich sagen wollte. Egal, gehen wir mal runter, weil wir jetzt das Haus hier stürmen sollen. Und joa. Los, 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 Mason. Kommt hier nicht mal irgendwann einer. Was sind das für Dinge hier? Sind das die neuen Schutz... Welle. Ja, wie auch immer. Schilder. So. Boah, das sieht so scheiße aus, ey. Die bewegen sich so komisch nach vorne. Ah, jetzt bin ich richtig. Nee, was jetzt? Ach, scheiße, ich habe die Granaten nicht gesehen. Egal. Mist, jetzt bin ich draufgegangen. Ach. Mach ich nochmal. Ist ja nicht weit. So. Hallo nochmal. Nee. So, jetzt mach ich mal hier. Wichtig, ich dräng mich mal richtig an. Wie mir das jetzt auch gleich klappt. Jetzt muss ich mir einen Strichenkalender machen. Ich bin doch bei keinem Let's Play abgekratzt. Aber nein. Es gibt immer ein erstes Mal. Ja, kommt nur näher. Ich will euch von der Seite abballern. Los. Los. Okay, der ist nah. Geh nur. Ist ja nah genug. Habe ich ihn getroffen? Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Och, ihr Spastis. Jetzt klaut ihr mir meine Kills. Was seid denn ihr für welche? Ah, okay. Verpiss dich. Noch einer. Verpiss dich. Scheiße. Ah. Nicht sterben. Nicht sterben. Das ist ein Scheiß, Messi. Ries Kacke. Und der ist nicht von da rechts. Und wieder runter. So. Komm nur hoch, Junge. Komm nur hoch. Du bist sofort tot. Ja. Ah. Ich habe dich getroffen, oder? Ich habe ihn getroffen. Hab ich ihn? Ja, klar. Immer noch nicht tot. Natürlich. Ist er immer noch nicht tot. Mann. Das war meiner, du Spasti. So. Jetzt geht es nochmal weiter. Natürlich mit Ballern. Was sonst? Was wäre ein COD ohne Krieg? Hm. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Aha. Du, du Schwanzlutscher. Was war denn das? Cool. Ich habe einen Bug in Black Ops gefunden. Wie cool ist denn das? Der ist gerade irgendwie voll in der Luft rumgesprungen. Oh, danke schön, mein Lieber. Sehr gay. Ja, sehr gay. Ich stirb. So, was soll ich denn jetzt hier machen? Na, den töd ich mal. Was Mason get the door open. Ja, ähm. Toll. Würde ich ja gerne. Sehr gay ist sowieso tot. Denken aber. Der ist tot. Ja, der ist tot. Ja. Und ich werde von einer Seite abgeknallt. Ich kann hier nicht so schnell rein, mein Junge. Ich würde es ja gerne. Jetzt hör auf die Scheiße zu schreien. Die ist mir echt gerade voll auf den Sack. Wo ist denn das jetzt? Äh, X. Kann ich es nicht schon mal richtig fertig lesen. Egal. Wird nicht wichtig sein. Naja. Soll ich jetzt hochgehen? Oder wie? Ich habe Angst. Mama. So. Wo geht es jetzt weiter? Ah, rechts. Verpisst euch. Verdammten Scheiß. Kanacken, ey. Ich bin nicht rassistisch. Das ist jetzt einfach nur, weil ich ein bisschen überreaviere. So, stirb. Und außerdem sind es, glaube ich, die Deutschen oder was weiß ich da nicht. Ja, ich glaube, es sind die Deutschen oder die Russen, was weiß ich nicht. Ich glaube, keine Ahnung. Ist mir auch egal. So. Hier kommen jetzt irgendwie so gepanzerte Leute rein, glaube ich. Bam, bam, bam. Okay. Jetzt sind sie da. Keep me covered. Ja, würde ich gerne, wenn ich was sehen würde. Ah, ist das hell. Was geht denn jetzt? Okay. Er hat ihn gekillt. Danke, Reznov. Eigentlich wärst du auch tot, weil ich dich abgeknallt habe. Aber ja. Da war einer. Ich habe dich genau gesehen. Ich habe dich genau getötet. Da war wieder zwei. Zwei. Ich bin einer unten. Ich töte einen. Ich kriege es nicht hin. Ist ja egal. So. Ich schweiß jetzt die Tür auf. Okay. Schweiß die Tür auf. Schweiß du mal. Äh, Explosion. Okay. Da kommen wieder so Typen. Stirb. Nein. Stirb. Oh nein. Das geht nicht gut. Natürlich. Baller dumme meine Leute. Aber ich knall die ganze Zeit auf dich. Aber du stirbst nicht. Was sind das für Viecher, ey? Du stirbst. Äh, ich hab ein Problem. Mama. 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 Okay, der ist tot. Der andere hinter mir. Egal. Schon einer geklönt haben. Ach, scheiße. So. Oh Gott. Ich hab ihn tot. Der ist tot. Was war denn das jetzt für ein Scheiß? Oh, nö. Da stand zwar noch Objective Completely, aber... Ah, okay, die Tür ist auch gut. Gut. Was ist denn das jetzt? Oh, cool. Verpisst euch. Stirbt alle. Ich kann euch nicht leiden. Ach. Sowas gefällt mir natürlich. Wenn da jetzt noch Rainer ist, dann sind sie jetzt alle tot. Was? Oh. Warum ist jetzt hier die komplette Mauer aufgerockt? Ist ja egal, aber... Irgendwie komisch. Hm. So, was muss ich denn jetzt machen? Okay. Also nur abballern, oder wie? Okay. Töten, töten, töten. Ist der meiner? Irgendwie... Doch, ist meiner, glaube ich. Fahrt euch mal den ab. Du, 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 du... Das ist gar nicht mei. Er hat mich gerade abgeknallt. Piss dich. Tot. Ist jetzt noch ein Auto? Ist jetzt auch tot. T-t-t-tot. Ey, die Explosionen sind voll realistisch irgendwie. Okay. So, wo geht's jetzt weiter? Für Leute wollen da noch kommen. Ich muss doch immer noch mal runter. Und die Schüsse fliegen da weg wie... Keine Ahnung. Schmetterlinge. Toller Vergleich. Krieg und Schmetterlinge. Ist mir jetzt scheißegal, ich geh jetzt runter. Oder? Ja, komm. Scheiß doch. Los, Männchen. Jetzt ist mein Controller am Arsch. Okay. Ach, da oben sind auch noch welche drin. Verpiss dich. Stirrt. Checkpoint reached. Okay. Ich bin am Checkpoint. For Russian. Oder for Russia. Also bin ich ein Russe? Nein, als Deutscher geht das nicht. Nein. Okay, egal. Ich hab ja nichts gegen Russen. Am besten Freunde sind Russen. So, geht's mal weiter? Weiter, 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 weiter. So, der fliegt jetzt in die Luft. Bam. Stirbt verdammt nochmal. Ich muss mir jetzt gleich schon wieder so einen scheiß Schnittpoint suchen. Das ist kacke. Wenn ich lang einfach mal aufnehme beim Spielen, weiß ich ja nie die Zeit. Und das ist immer so doof. Ich muss lieber nicht stoppen. Aber, komm. Ist egal. Ah, jetzt renne ich durch. Ihr könnt mich alle mal. Nee, das war keine gute Idee. Wo schießen wir her? Rechts oder links? Da ist einer. Stirb! Okay, sind wir noch nicht tot. Nein, ich werde von ihm abkneiden. So, jetzt da war er es tot. So, jetzt ist er am Arsch. Boah. Da ist einer. Okay. Aber er ist tot. Da oben kriege ich auch. Okay. Oh, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn abgeknallt. Okay. Nein, 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 nein. Nicht sterben. Die Mission geht mir schon genug auf den Sack. Ich bin schon zweimal abgekratzt. So. Ich glaube, ja. Der Uhr zeigt es mal an. Dass ich jetzt die 10 Minuten habe. Und jetzt gleich einen Schnitt machen muss. Aber das ist mir scheißegal. Also mache ich weiter. Das hätte ich voraussehen können. Egal. Ach ja. Ich hatte gerade meine Nachdenkphase. Ich dachte mir, ich hätte jetzt auch keinen nach vorne gehen, weil hier eben keiner mehr ist. Also ich sehe mal keinen mehr. Aber ich werde irgendwie abgeknallt. Ich finde das Spiel komisch. Ist irgendwie wirklich komplett anders als... Mit Modern Warfare. Na gut. Lass uns mal machen. Ist halt ein anderes Spiel. Das heißt auch anders. Wo sind das jetzt? Oh nie. Schon wieder so viele Leute. My mercy. Keine Gnade. Ich habe gerade meinen eigenen Mann umgebracht. Egal. Irgendwie mache ich gerade gar nichts. Das kommt bestimmt nur, weil meine Leute mich im ersten Part so hintergangen haben. So, ich denke jetzt kann ich hier. Ja genau. Jetzt mache ich hier mal einen Schnitt. Und jo. Dann zieht sich dann mal so im nächsten Part, ne? Ciao.